Herzlich willkommen, Lage der Nation, Ausgabe Nummer 198, die dritte und letzte Sommerlage, die wir euch in diesem Sommer präsentieren. Am Mikrofon natürlich wie immer Philipp Banse, das bin ich und am anderen Ende der Leitung sitzt Ulf Buermeyer, herzlich willkommen auch von meiner Seite und wir springen mitten hinein in eure Fragen. Wir haben ja quasi einen zweiten Blog, AMA, Ask Me Anything, noch relativ spontan ins Programm genommen, einfach weil ihr so viele spannende Fragen gestellt habt, dass das in einem Blog ein bisschen zu lang geworden wäre und beispielsweise gibt es immer wieder Fragen dazu, wie eigentlich die Lage entsteht und gerade auch zum technischen Equipment haben viele Leute Fragen. Philipp, vielleicht magst du dazu mal was sagen, zum Beispiel fragt nämlich Joki, wie sind die audiotechnischen Hintergründe bei der Lage der Nation, wie zum Beispiel laufen die Aufnahmen, Edits und so weiter ab und zwar besonders auch wenn ihr Remote sendet. Philipp, wie machen wir das? Also es ist so, dass wir das jetzt zum Beispiel auch Remote machen, dann nutzen wir eine Software, die nennt sich Reaper, das ist so eine Audio Software, kostet 50 Euro. Ich glaube, nee, wir haben sogar 300 bezahlt, weil wir eine Commercial License natürlich haben, aber wenn man das so privat macht zum Hobby, dann kostet das irgendwie 50 Euro. Und dazu muss man sich installieren, das ist eine Software, sagt man so ein Add-on zu dieser Software Reaper, die das Ganze zu einer echten Podcast Maschine macht. Das hat eine gewisse Lernkurve, das Ding, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, kann man damit eben wunderbare Podcast Aufnahmen machen, Kapitel machen, diverse Audio Regulierungen durchführen. Und man kann sich eben relativ einfach über die Ferne auch verbinden und das läuft dann direkt rein in die Software. Das machen wir mit einer Software, die nennt sich Studio Link, die ist bei Ultraschall und Reaper schon mit eingebaut und du musst dir dann halt auf der anderen Seite auch noch so ein kleines Programmchen da installieren und dann ist man eigentlich relativ fix in sehr guter Qualität mit sehr geringer Latenz verbunden. Und dann nehmen wir aber trotzdem zur Sicherheit ein Double-Ende auf. Das heißt also, ich nehme hier mich auf und Ulf, wie er hier eben über Studio Link ankommt und Ulf nimmt sich auf seiner Seite auch nochmal auf, weil es dann manchmal doch kleine Aussätze gibt und die lokale Aufnahme einfach doch ein Tick besser noch ist. Und dann schickt Ulf mir das oder lädt das hoch und ich lege das dann an. Wir machen mehr Spuraufnahmen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die bei Podcasterinnen und Podcastern mittlerweile Standard ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so ist das alles. Das ist überhaupt nicht der Fall. Deswegen sind viele Aufnahmen von Podcastern und Podcasterinnen mittlerweile audiotechnisch, finde ich, deutlich qualitativ besser als die vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil wir eben die Möglichkeit haben, was weiß ich, ich spreche jetzt, Ulf hustet oder knappt am Mikrofon, dann kann man das auf der anderen Spur eben rausschneiden und dafür kriegt man eine bessere Soundqualität hin. An Mikrofonen haben wir die Shure SM7B. Das sind Mikrofone, die, finde ich, sehr gut klingen. Vor allen Dingen eben auch in Räumen, die jetzt akustisch nicht so ganz so optimal sind. Also wo dann mal irgendwas brummt und zischt und hallt und der Nachbar doch irgendwie an der Wand rumrumpelt oder so. Dafür sind diese Mikrofone, finde ich, ziemlich gut, weil die unter diesen nicht optimalen Bedingungen, finde ich, einen ziemlich guten Klang machen. Das ist jetzt quasi die optimale Situation, wenn wir im Studio sind. Wenn wir remote sind, haben wir natürlich nicht immer die Shures. Also ich, dann haben wir zum Beispiel auch hoffentlich auch mal ein Headset an oder so. Und da habe ich zum Beispiel ein relativ simples eigentlich von Sennheiser, das aber trotzdem ganz gut klingt, überraschenderweise. Und wir haben aber auch so Profi-Headsets. Wie heißen die nochmal, Philipp? Biodynamics 297. Ja, ja, genau. Also es wechselt so ein bisschen, was wir an Hardware einsetzen. Also Philipp hat die Software ja gerade genannt. Aber genau, das sind so die Bestandteile. Wir exportieren dann halt diese einzelnen Spuren aus der Software und schicken sie nochmal durch einen Dienst, den alle kennen sollten, die sich irgendwie mit Audio und auch Audio bei Video beschäftigen. Der nennt sich Aufonik. Da kann man diese Audiospuren hochschicken und Aufonik macht daraus einen gleichen Level und das wird so ein bisschen, das Rauschen wird rausgenommen und die Spuren, wo nichts gesagt wird, werden halt runtergeregelt, sodass insgesamt der Hintergrundlärm sich deutlich reduziert und so. Also damit kriegt man dann nochmal einen ordentlichen Push, was die Audioqualität angeht. Ja, und dann veröffentlichen wir das mit WordPress und dem Podlove Plugin und dem Podlove Publisher in der Welt. Das ist eigentlich so im Kern unser Setup. So läuft das, ne? Und vielleicht noch Stichwort Audioqualität, die Frage von Andreas. Warum schneidet ihr Versprecher und Falschinformationen, die im nächsten Satz korrigiert werden, nicht raus, Philipp? Wieso machen wir das? Also teilweise Versprecher, reine Versprecher, manchmal schneidest du die ja sogar raus, wenn das mal geht. Aber wieso machen wir das teilweise ja auch bewusst nicht? Da gibt es ja gute Gründe dafür. Also ich denke, der Hauptgrund ist, dass es halt einfach wesentlich podcastiger klingt. Es ist halt einfach, ich meine, der Anspruch bei der Lage ist ja, das sehen wir in der allerersten Folge, glaube ich mal, formuliert haben, ein gutes Gespräch über Politik. Und zu einem guten Gespräch gehört es eben auch, dass nicht jeder gleich druckreif sprechen kann. Also ich persönlich finde sogar, dass die Lage gerade dadurch an Authentizität gewinnt und wie soll ich sagen, an Zugänglichkeit gewinnt, dass wir eben auch nicht perfekt sind, in jeder Hinsicht nicht. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir uns mal versprechen, oder? Ich weiß nicht, wie empfindest du das? Ja, also ich schneide das ja hinterher. Also es gibt so ein paar Sachen, zum Beispiel neulich habe ich irgendwie gesagt, Tröpfchen sind gleich Aerosol, was falsch ist und du hast das dann korrigiert. Also ich finde, das erstmal fällt in diese Kategorie, ist halt ein Gespräch und man korrigiert das dann. Es wäre aber auch akustisch gar nicht so richtig gegangen, das vernünftig rauszuschneiden, ohne dass man sich fragt, hä, fehlt da jetzt was so? Ja, das ist ja dann auch immer die Frage, kriegt man das rausgeschnitten, ohne dass man da irgendwie Wesentliches wegschneidet und die Leute drüber stolpern. Und beim Schneiden hinterher, so die groben Sachen, die mache ich eigentlich schon immer raus. Ich schaffe es halt nicht jedes Mal, weil diese Produktion ja dann doch recht aufwendig ist und wir sitzen ja einfach dann schon, weiß ich nicht, wenn wir uns morgens um neun treffen und um 17 Uhr ist die Aufnahme fertig und sich dann nochmal zwei, drei Stunden hinzusetzen und zu schneiden, das schaffe ich einfach nicht jedes Mal. Ich finde das aber auch keinen Gewinn. Also ganz ehrlich zum Beispiel, der Andreas hat als Beispiel hier den Punkt genannt, dass wir, dass wir mal in irgendeiner Folge gesagt haben, dass der Europäische Zentralbank Steuergelder ausgibt und das haben wir dann korrigiert, weil das ja eine Zentralbank ist, die selber das Geld in Anführungsstrichen druckt. Ja, und da würde ich zum Beispiel sagen, das wäre überhaupt kein Gewinn gewesen, das rauszuschneiden. Ganz im Gegenteil, das ist ja vielleicht eine Fehlvorstellung, die auch viele Hörerinnen und Hörer haben, dass die EZB Steuergelder ausgibt. Insofern ist doch diese, wie soll ich sagen, dieser Versprecher oder dieses Vertun, das wir dann korrigieren, ist doch sogar viel spannender, als wenn wir es von vornherein nur richtig sagen würden, weil eben das zum einen natürlicher klingt und zum anderen eben quasi ganz aktiv mal mit einer Fehlvorstellung aufgeräumt wird. Also insofern finde ich, gibt es auch inhaltliche Gründe, jedenfalls solche Dinge drin zu lassen, was anderes sind ja irgendwie so Reuspera oder sowas oder Husten oder so. Ich meine, das ist halt einfach, das stört halt einfach, das bringt niemandem was, das schneidest du ja auch häufig raus, wenn die Zeit ist. Das ist halt ein bisschen so eine, auch so eine Podcast-philosophische Frage. Also viele amerikanische Formate sind ja mega durchproduziert. Neulich habe ich gehört, der Michael Barbaro von The Daily, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Kontext das war, aber da habe ich so einen Mitschnitt gehört, wo er dieses This is what else you need to know today oder irgendwie so einen Spruch hat er. Und das hat er 10, 15 Mal eingesprochen. Was? Und der Produzent hat ihm jedes Mal gesagt, ja, nee, mach nochmal ein bisschen This is what else you have to know today. Und ich so, what? Ja, also wirklich, der hat das, ich weiß die Quali jetzt gar nicht, aber das war eine legitime Aufnahme, wo ich gemerkt habe, nee Leute, also das ist mir einfach, das ist too much. Also da ist zu viel Energie und zu viel Zeit für eine Sache, wo ich denke, das braucht keiner. Ja, so. Und das mag dann sein, dass wir dann vielleicht manchmal ein bisschen zur anderen Ecke ausreißen, ja, wo das dann vielleicht mal ein bisschen zu hin und her und zu chaotisch und unsauber ist und so. Aber ich denke, das ist einfach unser Format, das sind wir. Das denke ich nämlich auch, ja. So empfinde ich das auch, Philipp. Ja, nächster Punkt. Wir sagen hier noch, wie wichtig ist Twitter als euer Barometer für gesellschaftliche Diskurse, wie repräsentativ ist das Medium? Also, wie soll ich das sagen? Natürlich ist das eine Blase, ne? Bei Twitter kuratiert man sich die Leute zurecht, denen man folgt. Und deren Nachrichten sieht man in der Regel, klar, die retweeten dann auch was, es kommt auch mal manchmal ein bisschen was anderes rein, aber man kuratiert sich da schon so ein bisschen seine Blase in ganz erheblichem Maß zurecht. Barometer, ich nutze das schon. Ich nutze so eine App, die nennt sich Nuzzle, N-U-Z-Z-E-L. Da habe ich meinen Twitter-Account eingegeben und der saugt mir quasi alle Links zu Publikationen raus, die so durch den Twitter-Stream gehen. Also Links zu Artikeln auf irgendwelchen Zeitungen, Blogs, wie auch immer, YouTube und so. Also das ist sozusagen so ein Medienkondensat, was da aus meiner Twitter-Blase generiert wird. Und das finde ich schon interessant. Das hat schon einen Barometer-Charakter. Also wo ich so denke, okay, bei den tausend Leuten, denen ich jetzt folge, da sind diese 15, 15 Artikel, das sind einfach die, über die gerade alle reden. Und die lese ich dann. Also ich würde auch sagen, dass Twitter einfach deswegen ein sehr gutes Barometer ist, weil doch die allermeisten Fragen, die irgendwie gesellschaftlich diskutiert werden, irgendwie bei Twitter aufpoppen. Du hast natürlich völlig recht, man kann sich theoretisch da auch irgendwie in einer Twitter-Blase einmauern, wenn man das will. Aber ich glaube, es erfordert schon einen erheblichen Aufwand, wirklich relevante gesellschaftliche Diskussionen gar nicht mitzubekommen auf Twitter. Also ich finde, das ist schon ein sehr schöner Nachrichtenkondensator oder ein Aggregator. Und also ich habe darüber jedenfalls schon sehr, sehr viele spannende Dinge mitbekommen. Ich würde nie behaupten, alles mitzubekommen. Aber deswegen verlassen wir uns ja auf Twitter auch nicht alleine. Also ich lese die Süddeutsche Zeitung sehr aktiv. Ich lese die New York Times ziemlich aktiv. Wir gucken aber auch in viele andere Dinge immerhin nochmal rein. Und ich denke, in der Summe kriegen wir jedenfalls sehr vieles mit. Klar, man kann immer mal was übersehen, aber das ist, denke ich mal, schon ein ganz guter Schnitt so durch die aktuelle Diskussion. Ich würde die Analogie ziehen zu diesen sogenannten Agenturen. Also Journalisten, Journalistinnen, die so in etablierten Häusern arbeiten, Spiegel, Deutschlandfunk etc., die so in Nachrichtenredaktionen arbeiten, die haben halt eine Anwendung offen, wo die Meldungen der Agenturen eingehen, die dieses Medium abonniert hat. DPA, AFP, Reuters etc. Und da sitzen die halt so davor und gucken immer so, was geht denn so, was ist denn gerade so eine Eilmeldung, was ist so das Thema, für das ich mich interessiere. Und die Analogie bei uns ist halt Twitter, habe ich so das Gefühl. Die schauen halt, was macht DPA, was macht Reuters, was macht AFP, wer meldet da was gerade und was wird da gerade groß debattiert, worauf müssen wir reagieren, wozu müssen wir heute Abend eine Nachrichtensendung machen. Und bei uns ist das eher so Twitter, wo man so guckt, worüber reden die Leute, ist das wichtig, ist nicht wichtig, interessant, muss man nochmal nachrecherchieren, kann man dem glauben, interessanter Artikel. Das ist wie so ein, ja schon Inspiration würde ich das machen. Ja, so würde ich es auch nennen. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir inzwischen in den Kommentaren zur Lage einfach sehr viele spannende Tipps auch bekommen. Deswegen, also das ist klar, Twitter ist auch immer schön und gut, aber es ist für uns deutlich schwieriger zu handeln. Also wenn ihr uns inhaltliche Tipps geben wollt, freuen wir uns vor allem über einen Kommentar. Wir haben jetzt auch gerade die Kommentarfunktion deutlich aufgemöbelt, müssen jetzt noch so ein bisschen Erfahrung damit sammeln, wie gut das funktioniert. Aber haben da eine neue Software online gestellt, Discourse heißt die und versprechen uns davon, dass die Kommentare auch irgendwie noch reger genutzt werden. Also wenn ihr eine gute Idee habt, dann kommentiert sie am besten direkt in dieser Rubrik Themenvorschläge bei uns in den Kommentaren auf lagedernation.org. Oder direkt talk.lagedernation.org. Genau. Genau, was haben wir noch? Ja, Philipp, hier wird noch gefragt, wo wir gerade beim Thema Kommentare und Vorschläge für die Lage sind. Was sind eure Pläne in der Lage zukünftig kontroverser zu diskutieren? Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Dauerbrenner, ne Philipp? Wollen wir kontroverser werden oder sind wir auch nicht vielleicht sogar schon kontrovers? Was denkst du? Also, wie soll ich das sagen? Ich finde, kontrovers ist kein Wert an sich. Und dieses Format, so wie wir das jetzt machen, das hat als architektonisches Grundgerüst uns beide. Und die Werte, die uns wichtig sind und an denen wir uns orientieren und an denen wir die Realität, wie sie uns so begegnet, messen. Das ist so unsere Messlatte, die wir anlegen, um zu gucken, was finden wir denn jetzt gut, schlecht, verwerflich, unterstützenswert und so. Und da ist es natürlich so, das kann man, glaube ich, das ist kein Geheimnis, dass unsere Werte, mit denen wir so durch die Welt gehen, schon sehr ähnlich sind. Es gibt da eine große Deckung. Und das ist für ein kontroverses Format, wenn man das denn machen will, wahrscheinlich ein bisschen schwierig und nicht die beste Konstruktion. Ich finde aber, dass aus dem, was da entsteht, dass das jetzt nicht so super kontrovers ist, sondern eher so ein konstruktiv-diskursives, wir erklären uns so ein bisschen, was wir so sehen, Format, dass das durchaus genauso großen Wert hat wie ein Format, bei dem wir quasi nur miteinander diskutieren, wenn uns nie einig werden. Da würde auch Erkenntnisse rausfallen, aber aus unserem Format fallen auch Erkenntnisse raus. Und ich glaube, es ist nichts problematischer, als jetzt künstlich kontroverse Zukunft. Wobei man natürlich sagen muss, dass wir uns ja durchaus auch sehr darum bemühen, andere Sichtweisen in den Podcast zu holen. Also ich meine, wir sind uns eben zum Beispiel beide Männer, deswegen versuchen wir systematisch Frauen einzuladen, um einfach eine weibliche Perspektive einzubringen. Wir haben uns jetzt, genau, wir haben auch zum Beispiel versucht, Leute von allen Parteien mal in die Lage zu holen. Also wir hatten im Herbst ja oder im Winter ein ausführliches Interview zum Beispiel mit Jan-Marco Lutschak von der CDU zum Thema, vor allem zum Thema Mietenpolitik. Also vieles von dem haben wir in der Lage auch durchaus schon mal, wie soll ich sagen, etwas anders beleuchtet und versuchen aber dadurch die Lage insgesamt zu einem kontroverseren Format zu machen. Das ist natürlich, wie soll ich sagen, Work in Progress. Da werden wir jetzt nie an den Punkt kommen, wo wir sagen, die Lage ist ein Streitformat. Aber da hat Philipp ja auch schon gesagt, warum das vielleicht nicht sein muss. Ich finde wichtig ist nur, dass das, was wir so darstellen, einfach die wesentlichen inhaltlichen Aspekte bringt. Aber das tun wir ja auch. Da zitieren wir dann eben Menschen aus den verschiedensten Parteien, sodass diese Sichtweise jedenfalls auch vorkommt im Podcast. Und wir müssen sie ja dann nicht notwendigerweise teilen. Den Unterschied würde ich auf jeden Fall auch machen. Also ich würde einen Unterschied machen zwischen ausgewogen bunt und kontrovers. Wir bemühen uns natürlich die Argumente alle darzubringen und darzulegen. Aber ich finde, also unter kontrovers verstehe ich dann, weißt du, dass du sagst, was weiß ich, Impfpflicht für Masern auf jeden Fall und ich sage auf gar keinen Fall. Oder die Staatshilfen jetzt für Corona, die ausgeschüttet wurden, Milliarden über Milliarden. Du sagst, wunderbar, halte ich für richtig. Und ich bin einfach fundamental anderer Ansicht und sage, das ist Geldverschwendung. Die Leute sollen, weißt du, der Markt wird es regeln. Also das verstehe ich, würde ich unter kontrovers verstehen. Und das können wir einfach nicht konstruieren. Und ich glaube trotzdem, dass ein Mehrwert baraus wird. Das glaube ich auch, zumal wir ja an manchen Stellen eben auch wirklich anderer Meinung sind. Und das sind dann ja auch irgendwie spannende Stellen. Aber Stichwort Diversität in der Lage. Da kam die Frage noch von Ben. Ben fragt, wann können wir HörerInnen mit mehr Frauenbeteiligung bei der Lage rechnen? Ja, würde ich auch sagen, bemühen uns. Da ist noch viel Luft nach oben. Aber wir bemühen uns tatsächlich drum. Also wir mal ganz ehrlich, wir würden, wenn wir zwei oder drei Personen haben, die wir einladen könnten und davon ist eine eine Frau, würden wir die im Zweifel einladen, oder Philipp? Also das machen wir jetzt schon so. Es ist eben je nach Themengebiet unterschiedlich leicht, eine Frau zu finden. Aber wir geben uns jedenfalls große Mühe. So viel kann ich sagen. Ja, was haben wir noch für Fragen? Spannende Fragen. Wer wird Merkels Nachfolger? Olaf Scholz. Ja, glaubst du inzwischen? Weiß ich nicht. Er hat sich ja jetzt hier so als staatsmännischer Finanzierer, der sich auch finanziell flexibel zeigt, ja, von der schwarzen Null zum dicken Minus, ist ja durchaus in der Lage und hat das bisher ja so ganz gut gemacht. Aber welche Mehrheit soll den Olaf Scholz tragen? Tja. Also mal ganz ehrlich, nach allem, was wir sehen, werden die Grünen im nächsten Bundestag jedenfalls die stärkere Fraktion haben als die SPD. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Nein, also das war auch nur jetzt, weil die Zeit so einen großen Artikel dazu ist gemacht. Deswegen, also ich fand es jetzt auch nicht so überzeugend. Also ich sehe, also Olaf Scholz hin oder her, ich sehe ihn ja vor allem aufgrund mancher rechtsstaatlicher Defizite kritisch, also Aufarbeitung G20 in Hamburg und so, hat er ziemlich versagt, finde ich. Ich habe von vornherein geleugnet, dass es überhaupt sowas gegeben hätte wie Polizeigewalt und das ist für mich als, wie soll ich sagen, der sich eben mit seinem wahrscheinlich wichtigsten Hobby der Gesellschaft für Freiheitsrechte eben für Grundrechtsschutz einsetzt. Einfach eine völlig indiskutable Position. Da kann man natürlich auch anders sehen. Man kann natürlich sagen, für mich ist viel spannender, was er jetzt als Finanzpolitiker macht. Aber ich sehe halt einfach nicht, welche parlamentarische Konstellation dazu führen soll, dass die SPD den Kanzler stellt. Das würde ja bedeuten, dass es eine irgendwie geartete Koalition geben müsste, in der die SPD die stärkste Kraft ist. Und Philipp, das sehe ich einfach nicht, oder? Jedenfalls nicht, wenn da jetzt nicht irgendwie die SPD nicht irgendwie total durch die Decke geht. Und Olaf Scholz ist sicher auch nicht der totale Rockstar im Wahlkampf, der sowas bewirken könnte, oder? Das wird ja einer von der CDU sein. Ich meine, so viel, da müssen wir uns jetzt mal keine Illusionen machen, dass die CDU irgendeinen Grünen zum Bundeskanzler wählt oder so. Das können wir, glaube ich, haken. Das können wir haken, wenn die CDU die stärkere Fraktion ist oder die CDU CSU. Ja gut, aber danach sieht es im Moment aus. Davon müssen wir ausgehen. Das kann sich natürlich alles noch ändern, aber wir machen das ja auf der Prognose auf der Basis von heute. Und da würde ich sagen, also Merkel macht es nicht nochmal. Die ist raus. Dann ist die Frage, wer macht das Rennen um den CDU-Vorsitz? Armin Laschet. Armin Laschet. Oder Jens Spahn. Also mal ganz ehrlich, wenn das tatsächlich so kommt, Philipp, wie du es gerade gesagt hast, dass die Union im nächsten Deutschen Bundestag die stärkste Fraktion stellt und auch tatsächlich mit der Union eine Regierungskoalition gebildet wird. Das sind ja zwei Fragezeichen. Hinter der ersten These ist vermutlich eher ein ganz kleines Fragezeichen. Ich tippe auch darauf, dass die Union stärkste Fraktion wird. Aber ob die Union auch tatsächlich beteiligt sein wird an einer Regierungskoalition, das hängt ja sehr davon ab, insbesondere mit wem die Grünen sich so zusammentun im nächsten Deutschen Bundestag. Und da, klar, aber wenn die Union tatsächlich eine Regierungskoalition anführt, dann würde ich denken Laschet oder Spahn. Also ich sehe jedenfalls noch nicht, dass sich Herr Söder so weit profiliert. Aber das wäre so der dritte Mal. Oder Herr Merz. Ja, Herr Merz, also weiß ich nicht, wie du das wahrnimmst. Ich habe den Eindruck, dass Friedrich Merz in den letzten Monaten auch, also in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich, aber auch innerhalb der Union irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen abgerutscht ist in seiner Zustimmung. Corona ist nicht sein Ding. Corona ist ein Thema. Ich glaube, ich muss man festlegen. Nee, und auch sonst so, er ist halt einfach ein Vertreter eines neoliberalen Kurses und die gegenwärtige Krisensituation verlangt eben nach höheren staatlichen Ausgaben, nach größerem staatlichem Engagement. Er ist quasi einfach nicht der Mann der Zeit. Also der Zeitgeist ist gerade ein anderer. Und Friedrich Merz mit seiner These eines Minimalstaats passt da einfach nicht mehr in die Landschaft. Das ist so meine Wahrnehmung. Also insofern glaube ich, hat die Corona-Zeit eher nicht für ihn gewirkt, oder? Nee, das ist auch mein Eindruck. Ist ja alles ein bisschen unter Vorbehalt, auch was sich das alles ja immer so schnell ändert und Hunos, was da noch kommt. Aber Stand heute würde ich das auch so sehen. Dann haben wir noch die Frage, kommt auch öfter, erhaltet ihr Drohungen aufgrund eurer Arbeit politische Kommentare? Wie geht ihr damit um, fragt Susanne. Also, Drohungen, nein. Also ich erhalte keine Drohungen. Älst du Drohungen? Nö, nie. Muss man wirklich sagen. Ich bekomme, das freut mich natürlich sehr, auch aus dem Kollegenkreis sehr viel Anerkennung. Also gerade auch aus der Justiz bekomme ich sehr viel Lob dafür, dass wir die Lage machen. Und wie wir die Lage machen. Klar, ich meine, die Justiz kommt bei uns auch grundsätzlich, glaube ich, relativ gut weg, weil wir halt einfach häufig erklären, wie die Justiz funktioniert. Aber da gibt es also sehr, sehr viel Feedback, das muss man ehrlich sagen. Oder positives Feedback, was mich natürlich sehr freut. Also ich habe jetzt neulich vor einem Tag, um genau zu sein, eigentlich so den, wie sagt man, so den bissigsten Kommentar bisher in meinem Twitter-Leben bekommen. Da habe ich getwittert, also ich habe die Corona-Warn-App installiert, bitte mach das auch. Danke. Und dann hat einer zurückgeschrieben, haha, fick dich, deine Eltern hätten beim Ficken mal besser aufpassen sollen. Leider bist du jetzt entstanden. Das ist, genau. Ich musste auch lachen. Das ist bisher so das Übelste, was ich bekommen habe. Und das erklärt so ein bisschen, dass wir da auf einer ziemlichen Insel der Seligen leben. Denn andere Leute haben in der Öffentlichkeit und auf Twitter ganz, ganz andere Sachen auszustehen. Insofern, ich würde sagen, total harmlos, alles easy. Ja, wir haben noch, also das finde ich auch, das ist, finde ich, auch wirklich sehr erfreulich. Auch gerade so aus bestimmten politischen extremen Kreisen gibt es da bislang keinen Gegenwind. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Das könnte natürlich auch theoretisch ganz anders sein. Und ich weiß das auch von Freundinnen, die zum Beispiel so in der antifaschistischen Arbeit aktiv sind, dass die also da ganz andere Dinge erleben. Das ist schon, das ist schon erfreulich. Ich hoffe, es bleibt so. Wobei uns das sicherlich auch nicht abhalten würde, den Podcast weiterzumachen. Ganz im Gegenteil. Also insofern, im Gegenteil, das würde mich im Zweifel eher motivieren, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, aus rechtsradikaler Ecke da Gegenwind bekommen würden. Ich würde dann im Zweifel sagen, jetzt erst recht. Aber klar. Interessante Frage noch, stellt Max nochmal eine politische Frage. Warum gibt es eigentlich keine große Partei zwischen Linken und SPD, Philipp? Finde ich eine interessante Frage. Was denkst du? Zwischen Linken und SPD? Ja, genau. Das dachte ich nämlich auch. Na, ganz einfach. Weil die sich eh so weit überlappen, oder? Weil die sich eh so überlappen. Also ich hätte jetzt eher gefragt, warum gibt es keine zwischen Grün und Union oder irgendwas? Ja, und da gibt es ja irgendwie die SPD und irgendwie auch noch die Linke. Die FDP wäre was. Also, sagen wir mal so, ich habe nicht das Gefühl, dass da in unserem Spektrum was fehlt. Nee, ich würde das genauso sehen. Oder? Ich habe, ich würde das ganz genauso sehen, Philipp. Ich habe eher das Gefühl, wir haben in dem politischen Spektrum von sehr links bis sehr rechts in Deutschland, haben wir einfach eine sehr breite Abdeckung. Das fängt also im demokratischen Bereich bei der Linken an. Das überlappt sich dann mit der SPD und dann irgendwie die FDP und die Union. Und die Grünen sind da, finde ich, auch sehr, sehr breit. Also man kann da gar nicht mehr sagen, die stehen zwischen, sondern ich denke, die Grünen überlappen sich in Teilen mit den Linken, in breiten Teilen mit der SPD, in manchen Teilen aber auch mit der Union und mit der FDP. Also, das ist so einfach, ist das einfach gar nicht mehr. Aber jedenfalls eine Lücke zwischen Linken und SPD vermag ich persönlich auch nicht zu erkennen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, Ulf, ich glaube. Ja, 25 Minuten. Genau, ich würde sagen, das war die zweite Folge Ask Me Anything. Fragen zur Lage der Nation als Podcast und Fragen zur Weltlage. Ganz herzlichen Dank, dass ihr so viele spannende Fragen eingeschickt habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wünschen euch auf dem Endspurt noch ein paar schöne Sommertage, bis es wieder eine ganz normale Lagefolge gibt. Das wird dann die 199 sein. Das stimmt, 199. Haben wir gerade nochmal die Kurve gekriegt, den Sommer beendet, bevor dann die 200 ansteht. Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank für das Interesse. Bleibt gesund, noch einen schönen Sommer und wir hören uns dann schon in wenigen Tagen. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.